Ich muss jetzt ins Pre-Intro Okay, wie viele Likes? Wir erreichen hier gefälligst 37 Likes Hey, meine Liegestiebe, hier kommt zu einer Folge von Minecraft SkyWars Zusammen mit dem Überking in Person, Applaus und Konfetti Leute Wuhuuu! 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 Ja, hi! Hi! Ja, und erzähl mal, wie hast du dich wieder auf meinen Channel verjährt? Wie hat sich das so ergeben? Gestern, es war erst mal eine relativ kalte Sommernacht gestern tatsächlich, im März und da hab ich halt so eine alte Folge GIF gesehen und da dachte ich mir so hm... Den Cube, den gibt's ja auch noch Der war eigentlich schon ein ganz cooler Typ Du Bastard! Ja, und dann hab ich dich auf WhatsApp angeschrieben mit Ja, lass mal zocken, okay? Dann war alles geklärt Okay Die Leute denken locker, wir haben jetzt, weil ich wir haben zocken nicht viel so locker, einmal im Monat nur Kontakt Die Leute denken sehr krass so Was, die kennen sich noch? Ich hätt gedacht, dass du Kontakt abgebrochen hast, ich mein du hast 18.000 Abos bald Ja, und du gibst dich noch mit diesem Abschaum Cube Ja, ich weiß nicht, schon alles gelootet, oder? Ah, da kommt wer, da kommt wer Die Tweets? Guck mal, da kommt wer Diese Rose ist ja jetzt schon ein Blali Ja, ich weiß, ich weiß, komm komm, den hast du Ja! Sehr gut! Männlich! Ja! Das ist, äh, da kommt wer, da kommt zwei, da kommt zwei Pass auf, pass auf, pass auf Ja, komm, den Rambo zu Ja, Junge, der andere ist hinter uns Ja, der andere auch, easy! Oh Gott Kann ich mal bitte Kills machen? Geh weg, geh weg, geh weg Danke, ich wollte auch mal Kills machen So, wir haben, äh, Liebling Tränke Sprungkraft Ich hab auch einen Und ich hab ne Dierhose Faust, okay, sehr gut, ich hab die Was ist die Faust? Die Faust der Gerechtigkeit Oh ja! Wie sieht's aus? Boing, 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 boing Wie sieht's aus? Hast du... Du hast ja, glaub ich, keine Ich hab, ich hab keine Eier, Alter Wer hat mehr Eier, hab ich verloren? Wer hat mehr Eier? Wenn du Eier hast Ich weiß, das ist mir grad noch nicht eingefallen Dann wird raus Wer hat mehr Eier? Na, guck mal, ich hab mehr Eier Ich boxe jetzt runter Oh, scheiße Guck mal Tja, du hast einen ohne Rüste runtergeboxt, du ehrenloser Mann Oh, pass auf Da kann man schön abstauben gehen Wo bist du eigentlich? Warte, ja, du gehst so schnell Ja, da, pass auf Ich dachte, du bist du, aber komm Nein So Vielleicht hast du sogar neu Ja Ich muss ja auch kissen machen in meinem eigenen Video Tatsächlich Hier war ich aber vor dir Ja, komm mal da hinten, da hinten Äh, Schatten ist... Ich hab einen Schatten... Wo? Ich hab ein Ei Komm schon Komm Die denken jetzt, wir sind Kaninchen Ja, wir sind grad kein Kaninchen Oh Gott Ich hab nur drei Herzen Oh Gott Oh So, ich hab, äh... Feather Falling, äh... Zehn Boots, oder? Ne, Feather Falling, drei Boots hab ich Und ich hab nur Schärfe Rückstoß Ich hab nur Schärfe Weil ich ein Schärfe Mann bin Äh... Schärfe Guck mal, hab ich das hier Und jetzt... Oh, Entschuldigung So... Hä? Hä, Alter? Hä? Achso, das geht nicht raus Okay, jetzt... Jetzt hab ich auch noch Back Man! Ich hab... Ich hab noch acht Level, warte mal Hast du... Wie viel Eisen hast du? Ähm... Ich habe... 13 Ah, uns fehlt noch ein bisschen Eisen Eisen Ja, weißt du, was... In Fachkreisen genannt Eisen Weißt du, was da drin ist? Was ist das richtig in der Kiste oder so? Da ist ja Eisen drin Das bauen wir jetzt einfach ab Ah, ich geh mit der Goldspilzake gar nichts raus So, hier gut zu wissen Ja, das soll so ein Schmelzen auf Ja, ist doch egal Pfff... Und... Aber ich kann mir nämlich dann Schärfe... Äh... Schärfe... Rückstoß 2 machen Uh! Was bist du für ein ekliger Alter Gehst du drumherum Ich geh da drüber Aber warte mal, da oben ist auch ein Amboss Das weiß ich aus Gewohnheit Aus Gewohnheit? Ja, vorhin bin ich als Spectator da oben rum geflogen Weil du nicht verreckt bist Äh... Ich weiß nur, da hinten steht einer Den boxe ich immer kurz runter Nein! Das ist also ein T-Bot Guck mal, guck mal, ja Okay, so Alter, ich hab... Hä? Ne Hast du das Bobberschwert? Ah, ne, warte mal, Quatsch Quatsch, Quatsch Pass auf, ne, die kommen in den Moment Schärfe 2... Oh, BM! Ich hab Schärfe 2 gebossed Komm schon, der heißt Duckface! Das ist bisschen noch ein Duck, alter Alter Was? Was? Was landet der für Hits, man? Ist er auch tot? Oh! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Was hat der für Hits gelandet? Jo, ich hab ein Herz, ne? Was hat der bitte für Hits gelandet? Dieser eklige Mann AAAAAAAAH! Was war das für einer? Ja, anscheinend ein guter Im Gegensatz zu dir Halt dein Maul, Mann Der hat voll gehackt. Der hat gehackt, der muss gehackt haben. Ja. Ihr solltet mich so als tot sound besiegen. Okay. Ich muss mich jetzt erstmal hier ein bisschen entfernen von der Mitte. Da oben sind aber auch wieder Leute, ne? Ja, ich weiß, das sind die letzten zwei. Ich bin überhaupt mit einem halben jetzt überlebt, ne? Ne, das sind nicht die letzten zwei. Doch. Das sind die spectator. Die letzten zwei. Aber ihr schafft das noch, ihr schafft das noch. Ich glaube, ich brauche mir jetzt mal dieses Ultraspannend. 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 Was mache ich jetzt? Gib mir Tipps. Gib mir Tipps. Ich habe ein Hasefotum. Die bringt mir nix. Okay, warte mal. Bau dich erstmal zwei Blöcke nach links. Das ist wichtig. Ja. Nein, du sollst dich zwei Blöcke nach links bauen. Ja, die kommen jetzt aber, ne? Ja, okay, gut. Dann verlier halt. Wenn ich jetzt verlier, lag es daran. Ja. Hast du Rückstoß? Ja. Okay. Oh. Oh. Oh, komm. Ja. 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 Ja, come on. Lass mich einfach gewinnen. Hä, warum schämt ihr nicht? Ah, einer ist tot. Oh, einer ist tot. Einer hat überlebt. Okay, okay, okay. Ja, da ist er wieder. Ja gut, das ist schon mal fair jetzt. Das ist schon mal fair. Der hat schlechteres Equipment. Ich weiß, der andere hat besseres. Ich weiß. Cubion darf nicht vollgehen. Oh. Ja. Nein. 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 Oh nein. Oh nein. Wie leer sind. Oh nein. Oh Gott, Alter. Wie leer sind. Oh, zu wenig. Oh, bleib stehen. Oh. Oh. Okay, erst mal spannend. Ein paar Sekunden später. Oh Gott, er kommt ja weiter, 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 weiter. Renncube, renn. Was sagt man, dass ich gleich irgendeinen Felschsprung mache und runterfalle, Alter? Hast du denn die Healportions Gold abgedacht? Nein, ich hab gar nix, ich hab gar nix. Aber kein solcher, ich hab noch Spinnweben, ich hab noch Spinnweben. Die werden mir zum Sieg verhelfen, du wirst schon sehen, pass auf. Siehst du? Oder er fällt runter. Komm, 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 komm. Du könntest ruhig jetzt wegzuboxen. Nee, das versuche ich nicht, weil der boxt mich dann noch weg. Was willst du machen? Ja, ihn battlen. Doch, von hier kannst du doch wegboxen dann. Ja, von hier. Okay, du weißt beide, ey, ich stell jetzt mal nen Kuchen auf. Vielleicht willst du noch was naschen. Okay, versuch. Er hat da Wasser gesetzt, ne? Was ist das denn, Mann? Er soll auf ihn springen. Ja, ich bin nicht nah genug. Ja, okay, komm, so ne Scheiße hast du mich gar nicht ein, Alter. Hm. Ich bleib wieder full life, ne? Ich kann das reißen, ich kann das reißen. Gut, das ist, glaub ich, die spannendste Runde Skalos in meinem ganzen Leben ist. Ich kann da aufnehmen mit dir. Warte, ich, ich, vielleicht hab ich noch ne Geheimwaffe parat. Scheiße. Ich hab mein Pferd weggegeben. Oh. Das hast du jetzt gehört, hast du jetzt gebracht. Ich bräuchte halt vielleicht sowas wie Lava oder sowas. Da wäre Lava, ne? Aber... Ja, so ist gut, so ist gut. Ja. Ach, der Typ ist voll nervig. Ja, komm. Wenn der dich jetzt tötet, ne? Äh, oh Gott, ich hab geleckt. Oh, Junge. Dann lösche ich deinen Account. Pass auf, ich hab das Passwort und so, ne? Ja, ja, ich weiß, deswegen, ich nutze das auch gerade ernst. So, ja! Ja, ja, ja! Okay, der wird verlieren, der wird verlieren, ja! Ja! Kombo! Sehr gut! Wuhu! Sehr gut! Ja! Ja, das war jetzt knapp. Ja, soll wir noch kurze Runde ranhauen? So ne ganz kurze? Ja, auf. Ferrum. Ferrum oder Labyrinth? Ich hab grad überlegt, ob ich Grillmeister spiel, weil... Ich hab grad überlegt, ob ich Grillmeister spiel, weil... Ja, das wär jetzt auch mal wieder gut. Das Kit ist eigentlich ganz gut auf Labyrinth. Ah, ja, Leute! Neue Runde auf Labyrinth. Ich würde eigentlich rush kurz in die Mitte, oder? Ja, als wäre das so ein Kit, was man wirklich ernsthaft spielen könnte. Ja, Grillmeister. Ich hab grad überlegt, ob ich mal wieder Grillmeister spiele. Aber dann dachte ich, ja, ne, das ist ein bisschen unfair. Das ist ein bisschen zu OP. Okay. So schnell! Ja, chill dein Leben. Ich hab vier Diamantschwerter gemacht. Ist das nicht toll? Hier hast du eins. Oder willst du doch lieber das hier? Oder doch das hier? Finde ich alle sehr gut. Danke. Ah, gut. So, ähm... Goldapfel? Bist du ja auch hier? Guck mal. Okay, jetzt komm. Ich komm. So, da sind gleich welche. Guck mal. Die können wir hier direkt runterboxen. Was meinst du, oder? Ja. Haben wir beide? Er lebt noch. Ne, ne, ne. Einer ist im Verdauung. Ich bin einer runtergeboxt. Oh nein, er hat auch Sense. Ja, okay. Ja, das war's. Ich hab einen auch getötet, merk ich gerade. Oh ne. BM! Ja, nein. Sehr gut. Nein, 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 nein. Er ist Goldapfel. Wasser, 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 Wasser. Also, damit die Spinnenweben weggehen, genau. Ja. Aber er lebt noch, ne? Ja. Pass auf, pass auf, pass auf. Ich hab ne Enderperle. Ich könnte mich hochporten wieder. Ja, hm. Ich kann auch einfach Wasser setzen, so an sich, ne? Ja, bleib du oben, bleib du oben. Warte, nein. Nein, nein, ich bin gut live. Wir kommen gleich hier wieder. Oh Gott. Oh Gott. Nutz die Enderperle, Julian. Naja, ging nicht mehr. Ich bin tot. Oh man, was muss ich hier in dieser Runde alles reißen? Okay. Ist gar kein Ding. Ist gar kein Ding für den Cube. Ich mach mir erstmal... Wie viel Level braucht man, um auf... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Man, in Labyrinth ist es voll kompliziert, Enderperlen zu treffen. Wie viel Level braucht man, um Rückschuss zu bekommen? Sechs. Sechs Level? Okay, die hätte ich sogar. Die hätte ich sogar. Oh, weißt du was? Ich hab was Tolles vor. Mach ich morgen. Oh. Oh man. Den Tee. Ja. So. Oh ne, der hat sich schon wieder gerettet, Mann. Was ist das für ein Bastard? So, jetzt reicht's mir. Ich geh jetzt einfach hier... Was? Oh Junge. Bitte lass mich erst sterben. Was? Was? Oh Mann. Ich dachte, der hat da ne Cup-App gehabt. Ach, hier hatte der auch. Hä? Oh Mann. Ach Junge. Ja Leute, das war jetzt ein schöner Abschluss, oder? Also mach ich morgen, der hat seine Skills bewiesen. Hätte ich Grillmeister gespielt, hätten wir's geschafft. Ja, mit Grillmeister wär's ja doch gegangen, ne? Hätte ich gewonnen. Kann man gar nichts sagen. Naja. Alleine. Ähm. Falls ihr gefeiert habt, wir sehen uns aber einen kleinen Like, Freund. Lass doch mal einen kleinen Like dafür BM, oder? Dass der wie ein Video ist. Ne? Das können wir schon schaffen hier. Ähm. Ansonsten... Setz mal einen Like-Grenz. Wie viel schaffen wir? Grillmeister. Ähm... Das muss jetzt ins Pre-Intro. Okay. Wie viele Likes? Wir erreichen hier gefälligst 37 Likes. Genau 37. Nicht mehr, nicht weniger. Danke. Gut. Doch mehr können, aber nicht weniger. Okay, weh weniger, Alter. Da kommt nie wieder was mit PM. So, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Die Endcard ist jetzt ein... Moment. Jetzt eingeblendet und dann geht's zur letzten Runde Sky. Jedes Mal. Ne, Moment. Oh, jetzt. Oder zur letzten Folge Ender-Games. Könnt ich mir's mal angucken. Oder ansonsten. Bis morgen. Ciao. Meine lieben Qwies. Wuhuuu. Musik